Wir sind wieder zurück bei Tennis. Jaaa! Lolo-Lolo! Lolo-Lolo! Start einfach das Faschistenspiegel. Was passiert denn jetzt, wenn ich mit Pan oder Tobi in ein Team komme? Das ist ja komplett... Dann ist ja doof. Dann ist ja alles kaputt. Dann sind ja die Lolo-Brüder weg vom Fenster. Das ist ja scheiße. Oh, ich hoffe, einer von euch kommt mit mir ins Team. Ich kann nicht mehr reden, ey! Oh, ich bin defensiv, Kacke. Will ich gar nicht sein. Was bin ich denn hier? Präzise? Schnell? Oh, das war so schön, letzte Folge. Here we go! War das so schön, wenn wir jetzt ein Team wären. Luigi war Luigi. Ja, das wär echt schön. Das hätten wir noch nie, ne? Ja, das wär voll gut. Und zum Glück nicht nervig für die anderen beiden. Hey, Erik! Jaaa! Warte, warte! Tobi hat V-Charakter. Oh, ich hab da gesehen. Wir sind safe. Jetzt muss man sich das dumme Gelaber von denen wieder anhalten. Oh Mann, ey! Hallo, ich bin der super Seducer. Lo 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 Oh lullo, oh lullo, oh lullo… Oh Lullo, Jop! Lullo, oh Lullo, Lullo, oh…! Boah alter, was für ein geiler Schlag! Der war richtig geil! Der war richtig geil, Alter! Hä… Lullo… Die beiden sind heiß! Merkst du das? Die haben geübt. Ja die sind nicht im Tunnel drinnen, alter. Ja, ja. Die haben keinen Empfang mehr. Alter, sind die MAD, Alter! Die sind so MAD! Machen den Weg! Platz! Deine auch die Arme so hochgingen! Ach nö, komm Leute! Oh meine Nase juck! Was denn das? Powerpuff Girls? Oder was? Hallo! Oh nein! Oh Gott! Ich war grad fasziniert! Ich wollte grad gucken, was passiert! Scheiße! Egal! Ja, no, 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 no! No, no, no no! Gommi! No, no, no! Ja! Gommi! Geil! Das weiß ich. Scheißspiel! Okay. Komm schon. Bats! Ähm. Ach man ey. Warum geht das denn nicht? Das gibt's von. Ey. Ich glaub ich hab's zu früh gedrückt. Okay, Erik, jetzt geht's ernst. Okay, okay. Let's go. Hallo! Oh. 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 Eigentlich haben wir gewonnen. Was? Was? Eigentlich haben wir gewonnen. Was? Warum? Ähm. Warum? Dann sag doch mal. Was ist da los? Einer 10 Sieger, Erik. Glückwunsch. Glückwunsch ey. Beim Erik läuft richtig momentan ey. Das ist ja Wahnsinn. Das ist aber nur Glück. Wie der abgeht. Also sie können gehört da sicherlich auch noch dazu, ne? Hey Pan, was geht ab? Ja, ey. Tobi, die fette Bombe, wat? Äh Tobi, die fette Bombe, wat? Äh Tobi, die fette Bombe, wat? Das schreib ich in den Titel. Tobi, die fette Bombe. Das mach ich nur aus Spielbezug. Tobi, die fette Bombe. Tobi, so ruhig geworden. Pan, komm jetzt, komm jetzt Pan. Lolo, 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 lolo. Lolo, 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 lolo. Ey, klau nicht mein lolo. Oh, sorry. Die Pan, die sind gut. Hutu, hutu, hutu. Dann machen Hutu, genau das gut. Ja, Hutu, 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 hutu. Tobi, wir müssen uns einspielen. Schöner schlagen, Pan. Schöner schlagen, Pan. Schöner schlagen. Wissen mal. Ah. Oh. Oh, leu. Oh, leu. Guckst du. Hutu. Hopp. Japan. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Oh, leu. Was ein Ballwechsel, ey. Ja. Oh, leu. Keiner sagt mehr was. Du hattest alles hochkonzentriert. Der wird voll weggekriegt, Mann. Schön fahren. Boah, der Tobi hat voll die Schläge, wo man so zurückgeworfen wird. Boah! Oh, du Arschloch! Oh, nein, Tobi! Boah, Alter! Nein, Tobi, bitte nicht! Oh nein! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Boah! Nein, 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 nein! 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 Lolololololololololololoolooloolooloolo! Okay, okay. Rein, rein, rein! Schaffen wir. Wo ist er? Alter! 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 Hä? Der Ball auf dem Kopf! Der Ball auf dem Kopf ist so geil! Oh mein Gott! Hä schon? Oh mein Gott Pan! Ich mach diese normalen Schläge auf! BAM! Ja voll Party! Sehr geil! Ich kann mich bewegen, Schade! Kepa, komm! Boah! Wo ist der denn? Krass! Ja! Nein! Alter! Alter! Holy shit ey! Oh Mann! Oh Mann! Oh der König! Der hier ist gar nichts mehr hier! Pan hol in dir! Nein! 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 Schade! Warum hat er den denn nicht genutzt? Weiß ich auch nicht! Der Schlag ist voll krass, wenn er nicht genutzt! Deswegen versuch ich den immer aber... Boah schön! Nein! Nein! Du Arschlo! Ja ihr habt doch eh wieder zum Kontern! Oh Mann! Aaaaaah! Man! Gidsau eyy! So ne! Bitte mach ihn, mach ihn! Pan mach ihn, mach ihn! Ja! Pan! Toch, ne!" Schön! Boah! Boah! Alter! Alter, das gibt's doch nicht. Nein! Nein, Alter! Das gibt's doch nicht, ey. Die Hunden werden immer schlimmer. Boah! Nein! Japan, Japan, wir leben was, wir leben was. Mach immer den nächsten. Japan, wir leben. Oh nein, was macht er nicht? Nein! Ah, das war mein, vielleicht darf er liegen. Ah, Scheiße! Gute Du, Gute Du, Gute Du! Gute Du! Kumpan, Kumpan, jetzt hol mal zu Hause hier. Ich bin dabei, ich bin dabei. Nein, warum hat er den nicht genommen? Oh, Gott sei Dank! Gute Du! Gute Du! Gute Du! Nan! Ich versuch den jetzt, ich versuch den so. Faaaat! Jawohl, ano, Ja! Lo, 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 Scheißspiel. Tobi hast immer was anderes, reicht mir langsam. Wir sind kackt, ja. Nein, ich bin einfach wie so ein, ich bin wie so ein trojanisches Pferd, alter. Och Tobi, bitte. Du musst auch immer alles negative ziehen, ne. Tobi, ich war immer grad, wir waren gerade ganz beide schlechte. ich finde die bombe am schwierigsten irgendwie steuert sich wie so ein lkw auf tobi bitte hey das muss jetzt aber nicht sein jetzt bist du es zwei tue jahre ist wieder zufällig damit man auf meinem schon noch mal jeden charakter sieht alles klar doch bei uns genau so verstehe ich jetzt nicht okay deine ansicht ich könnte noch zehn mal durch hier kommt daisy let's go nicht mit körperlichen sind auch tobi bitte du wenn du mich siehst dann willst du das ich glaube ich glaube tatsächlich dass wir bekommen wir werden richtung ist ihm kuri auch mann schade was geht abkommt immer cool Ich guck mal erstmal hin, wer Aufschlag hat Ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal, ich guck mal Ich guck mal, 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 ich guck Wie können wir das verweilen? Das war aber ein krasser Schlag. Ja, ach komm, das ist in dieser scheiß Zeitluge, oder? Ja, das darf doch nicht wahr sein. Mach sie fertig. Oh nein, sie können kontern. Fuck. Scheiße, die können... Mach steil. Hä? Ich konnte auch nicht kontern. Du bist die geilste Part. Nein. Richtig. Aber wieso, wieso es in der Balken ist oder runter? Wir konnten beide nicht kontern. Nee. Wir brauchen so eine Scheiße nicht. Ich glaube, der Erste, der hinten steht, der muss immer den Ball zuerst bewegen. Ja, Galtu! Komm, komm, komm. Alles klar, alles klar. Ja! Krieg es hin! Für Girl Power! Fuck! Wow, er ist gerettet! Nein! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Tobi! Oh, guck mal, ein geiler bisschen. Komm schon, Pan! Nein! Ja! Ja! Ja, Pan! Jawoll, Pan! Jawoll! Oh mein Gott! Nein! 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 Ach, halb! Außen bieg, außen bieg! Nein! Boah! Jetzt wird's immer spannend! Alter! 6 zu 6 an! Gibt's doch nicht, ey! Krass! Pan, komm schon! Hey! Ja! Nein! Oh, Pan! Komm schon! Ja, Pan! Okay, ich mach das nicht mehr! Nee, nee, nee! Ich kann's doch nicht beherrschen! Pan! Ich hab die beiden hier! Ja, weil bist du vorne, weil bist du ein bisschen losgeriebt! Aber ich hab jetzt halt so verkehrt! Ja, bin ich doch! Du hast du beiden Seiten abgedenkt! Naja! Oh, Scheiße! Jawoll! Jawoll, Pan! Du hast du beiden Seiten abgedenkt! Weißt du das? Ja, ich weiß! 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 Boah! Was? Was war das? Was war das? Was war das? Komm schon, Pan! Hä? Komm schon, Pan! Komm schon, Pan! Hä? Alter! Mensch, Pan! Komm, Pan! Komm, Pan jetzt! Ich verstehe manchmal nicht, dass du das Spiel abgehst! Ja! Nein! Ah, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Ja! Ach, Mann, ey! Ja! 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 Schwung Was? Ja! Ja! Nein! Geil, guck! Was soll man machen? Was soll man machen? Wir müssen gegenhauen! Wir müssen gegenhauen, Alter! Es bleibt keine andere Möglichkeit. Nein! 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 Ich hab grad ganz kurz verzogen! Das darf doch nicht wahr sein! Ich hasse alles! Ich war so glücklich! Es ist nur, es nur... Ich war so glücklich! Ich war so glücklich! War denn das letzte? Alter, das gibt's doch nicht. Wie lange geht diese Runde, Alter? Das gibt's doch nicht. Komm, Pahnen. Na ja. Auf geht's. Zehn Stunden später. Komm, Pahnen. Geh, Pahnen. Nein. Nein, Alter. Ja, nicht ernsthaft. Zeit, 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 Lücke. Nein, 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 das liegt, liegt, liegt. Einfach weg. Kein Problem. Komm, Pahnen, weiter geht's. Jawoll, mach safe, Pahnen. Komm, komm, hau ihn weg. Hau ihn einfach weg, Pahnen. BAM. Jawoll. Okay, Pahnen, jetzt, jetzt hol was. Jetzt hol was nach Hause. Jetzt hol was nach Hause. Komm, Pahnen, komm, weg. Komm. Nein. Oh, Gott, das hört mich wieder auf. Die Runde kommt nicht so weit. Ja, so Tennis Matches können ja auch sechs, sieben Stunden gehen teilweise, ne? Also. Ich merke das schon. Komm, jetzt, kurze Rantierung, komm. Pahnen. Ja, nein, 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 nein. Mensch, mal. Oh, Alter. Ja, Tobi. Ja, Tobi. Oh, das war schade. Was ist das, ey? Oh, das war ein bisschen spannend. Oh, mein Daumen, ey. Oh, mein Daumen. Alter. Wow. Wow, meine Hände schwitzen. Egal, ob der König anlegt oder, ob jemand vor mir anlegt oder nicht, ich hab immer, ich drück immer mit, egal ob der auf meine Seite kommt oder nicht, ich hab immer diesen Reflex darauf zu schlagen, ey. Das ist so blöd. Du hast immer diesen Schlagreflex, ich weiß das. Ja, bei der Erik halt auch, bei der Mops ausschütten. Ja, aber da ist es ja gut. Boah, Alter. Was, Erik, ja, was, ey? Was, was, was? Hey, 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 okay. Komm, einer geht noch, einer geht noch, Leute. Komm jetzt, volle Pulli hier. Rufen wir mal an. Dennis Bell aus der Tasche raus und dann Abmarsch. Let's go. Hey, wer ist das? Erik, pass wieder ab, Alter. Curry, sind wir? Alles klar, Curry. Nein, nein, nein. Jetzt kommt der Finisher. Erik, komm, der Finisher kommt jetzt. Alles klar, so machen wir es. Einmal noch aufräumen. Ich will nicht wieder Lolo Loll hören. Komm, ihr spielt unfair. Wir doch nicht. Ja, der is auch nur aufräumen. Da, was? Lolo, 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 lolo. Ist ja lauf. Jawohl. Boah, krass. Krass gerettet. WAH! Nein, das gibt es doch nicht. Wie schnell war das denn? Bam. Ach, Mann, ey. Aber egal. Alles gut, alles gut. Was soll das denn? Du bist angetäuscht. Ja, Lolo, 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 Lolo. Tut mir leid, mein Arsch war im Weg. Nein, nehm. Ich muss nichts mehr machen. Ich kann jetzt nur noch. Lolo, Lolo. Oh. Lolo, 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 Lolo. Jawoll, Eriko. Der war noch im Kopf bei Tobin. Lolo, 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 Lolo. Et läuft. Vor allem der Bisteste Turm ist so sauer. Ich habe mich aus der Zeit erger... Ist recht geordnet. Hey. Oha. Lolo, Lolo, Lolo. Curry, möchtest du? What? Uioioioioioioio. Nein! Ohhhh Was? Alter 7 Nochmal Nochmal Wirklich jetzt? Also jetzt wirklich? Ja aber wir suchen schon natürlich über die Zeit Wir müssen halt in die nächste Folge, ne? Nicht mehr der Folge Ja wollen wir noch ne Folge machen? Ja ich bin ja was gerne Ich hab Fall Bock drauf Okay let's do Wir müssen hier schnell den Charakter ausfahren. Okay, tschau! Nein! Tschüss! Weil der Timer runterlief! So, vielen Dank für die Zuschauen, bis zur nächsten Folge! Lolo! 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 Lolo!